Hallo ihr Lieben und Überraschung, ein weiteres Rorty Spin-Off und zwar geht es um meine ganz pauschalen Vorwürfe gegenüber der intellektuellen Tradition Europas oder dem politischen Denken Europas seit Platon, weil ich es so sehe, dass dieses vermeintlich politische Denken die eigentlich politische Frage wirklich verdrängt hat, offensiv verdrängt hat, nämlich die Frage ganz simpel nach der Machtverteilung und welche Form von Machtverteilung für uns Menschen tatsächlich gut ist und am besten funktioniert. Und weil diese Machtfrage, die Frage nach Machtstrukturen und Machtverteilung beständig verdrängt wird, wird alles andere für politisch relevant gehalten, zum Beispiel die Sprache, das Denken und dann werden wie bei Rorty zum Beispiel hochphilosophische, sehr scholastische Debatten geführt, also Debatten, die schon von ihrer Art und Weise immer nur wenige Menschen interessieren können, an denen immer nur wenige Menschen teilnehmen, weil sie so weit weg ist von unserem Alltag. Also es sind Fragen, die halt wirklich nur eine kleine Zahl von Menschen überhaupt interessieren können. Das ist eine Ausweichbewegung erkennbar vor der eigentlichen Fragen, nämlich von den Fragen nach der Machtverteilung. Und um es jetzt mal ganz auf den Punkt zu bringen, die Frage ist, also die wir verhandeln müssen und entscheiden müssen und derzeit entscheiden wir sie die ganze Zeit performativ. Also in der Form unserer Institutionen ist diese Frage immer schon entschieden, ist die Frage, ob Platon mit seiner These wie eine gute gesellschaftliche Ordnung, eine friedliche, kooperative, funktionale gesellschaftliche Ordnung in größeren Gesellschaften zustande kommt, ob er damit richtig lag, ja oder nein. Weil Platon diese These gezielt ganz offen antidemokratisch funktioniert. Das heißt, Platon ist mit der These angetreten, Demokratie funktioniert nicht. Und das ist also für die Demokratie eine Herausforderung, der sie institutionell überzeugend begegnen muss. Also wo sie etwas entgegensetzen muss gegen die Zweifel, die eben in unserer Kultur seit 2400 Jahren gegen Demokratie kursieren. Und jetzt werde ich nochmal die Kernthese Platons rekonstruieren in moderner Sprache. Also nicht wie Platon es gesagt hat, aber wie man Platonismus heute verstehen kann, politischen Platonismus. Platon geht davon aus, dass einige Menschen, sagen wir mal, klüger oder intelligenter als andere auf die Welt kommen. Dass es IQ-Unterschiede von Geburt an zwischen uns gibt, ist schwer bestreitbar. Also an dieser Stelle muss man sagen, ja, jetzt ist nur die Frage, was folgt daraus? Und Platon ist der Meinung, dass diese Menschen, also sozusagen die intelligenteren, klügeren, auf eine ganz bestimmte Weise gut ausgebildet werden müssen, um dann ganz alleine die Herrschaft über alle anderen auszuüben. Es ist also sozusagen eine intellektualistische Tyrannis, eine Herrschaft der von Geburt an klügeren oder wie wir heute sagen würden intelligenteren über den Rest. Das ist Platons antidemokratische Kernthese. Und wenn man also die Gegenthese der Demokratie auf den Punkt bringt, muss man sagen, ja, das ist nett, das haben wir jetzt 2400 Jahre lang seit Platon ausprobiert. Wohin es uns gebracht hat, sehen wir ja. Wir haben diese Herrschaft der Klügsten. Wir haben diese Systeme, die versuchen, die Klügeren zu identifizieren, sie gut auszubilden und dann in Regierungspositionen zu bringen. Diese Systeme haben wir, auch wenn das sozusagen heute viele Platoniker genau bestreiten würden. Also Leute, die einen noch offensiveren Platonismus wollen, die zum Beispiel wollen, dass viele Leute gar nicht mehr wählen dürfen, wenn sie nicht IQ-Tests bestehen und so einen Scheiß. Es gibt wirklich Leute, die sowas ernsthaft denken. Die Gegenthese der Demokratie lautet, eine gute gesellschaftliche Ordnung kriegen wir genau dann, wenn alle gleich viel mitregieren, ungeachtet ihrer privaten Eigenschaften, auch ungeachtet dessen, wie sie ausgebildet sind oder welchen IQ sie haben. Eine gute Gesellschaft kommt dadurch zustande, dass wir die Machtkämpfe aus dem Spiel nehmen zwischen der Gesellschaft. Und das können wir auf mehrere Weisen tun. Die eine Weise ist eine Tyrannis. Das heißt, eine Unterdrückung dieser Machtkämpfe durch eine kleine Clique von Menschen, die die unterbindet, mithilfe eines Polizeiapparats, wie wir heute sagen würden. Platon hätte von Wächtern gesprochen, ja, in seiner Politeia. Wer will, kann nochmal nachlesen, was er da verzapft. Also das ist so die eine Art, wie man Machtkämpfe zum Erliegen bringt. Und die andere Art, Machtkämpfe zum Erliegen zu bringen, ist gezielt und vorsätzlich die politische Macht exakt gleich zwischen uns zu verteilen, weil damit die Machtfrage auch geklärt ist. Und zu dieser eigentlich demokratischen Lösung, die politische Macht mit Vorsatz zwischen allen erwachsenen Menschen exakt gleich zu verteilen, haben sich die neuzeitlichen Gesellschaften bislang nicht durchringen können. Und meines Erachtens haben sie das nicht getan, weil sie unbewusste Platoniker sind. Das heißt, die haben ihren eigenen antidemokratischen Platonismus nie gründlich hinterfragt. Das sehen wir sehr deutlich an den Äußerungen derjenigen, die die modernen Verfassungen begründet haben. Also zum Beispiel in den USA. Wie denken die über die Menschen? Wie denken die über die Unterschiede zwischen den Menschen? Wie denken sie über Machtverteilung? Und dann kann man sich gar nicht mehr wundern, warum unsere Verfassungen in der Neuzeit so komisch sind und auch für so viele dauerhafte Spannungen sorgen. Weil wir können sehen, dass diese Leute Krypto-Platoniker waren. Das waren Leute, die an einen natürlichen Adel von Geburt an geglaubt haben und genau wie Platon davon ausgehen, dass die höher stehenden Menschen, die niedrig stehenderen Menschen beherrschen müssen. Und Entschuldigung, das ist nicht Demokratie. Das ist die antidemokratische These schlechthin. Und das wird jetzt verbrennt, indem über alles Mögliche debattiert wird, aber nicht über Machtfragen, nicht über Machtverteilung. Das führt zu so absurden Entwicklungen, wie dass es Studien gibt. Ja, also die kommen aus den USA, dort wurden sie entwickelt, von Martin Gillens, die dann hier in Deutschland adaptiert wurden, von der damaligen deutschen Sozial- und Arbeitsministerin, glaube ich, Andrea Nahles, in Auftrag gegeben wurden. Dann kommt als Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie raus, dass die Machtverteilung, der faktische Einfluss der verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf Politik, stabil, hochgradig, ungleich ist und es entsteht kein Skandal deswegen, sondern es ist so, ah ja, ist so, okay, machen wir weiter wie bisher. Also sagen wir mal so, wären wir lupenreine Demokraten, wären wir Menschen, die also wirklich überzeugt sind, dass die Gleichbeteiligung, der gleiche Einfluss aller auf Politik die beste Ordnung ist, in der Menschen zusammenleben können, weil es die Spannungen rausnimmt, weil es Machtkämpfe beendet, weil es Parteikämpfe beendet und zwar ohne in eine Tyrannis, ohne in eine Diktatur zu führen, wären wir also wirkliche Demokraten, dann hätte diese Studie spätestens, die, was war das, 2016 rauskam, für einen Aufschrei sorgen müssen, weil dort unsere eigene wissenschaftliche Forschung uns sagt, das ist faktisch durch die Systeme, mit denen wir derzeit operieren, durch die politischen Verfahren, durch die Art der Verfassung, die wir haben, ist das Gegenteil garantiert. Eine kleine Zahl von Menschen hat einen überbordend starken Einfluss auf Politik, auf die faktischen Entscheidungen und große Teile der Bevölkerung haben faktisch einen Null-Effekt auf die Politik. Und das müsste, wenn wir wirkliche Demokraten wären und keine Kryptoplatoniker, dann wären wir jetzt entsetzt gewesen. Also ich kann nur so viel sagen, ich war entsetzt. Das war natürlich jetzt keine große Überraschung, das hätte man ahnen können, aber es nochmal durch wissenschaftliche Studien bestätigt zu sehen, wie krass die politische Ungleichheit zwischen uns ist, das ist also schon, ja, weiß ich nicht. Und wenn man das dann zum Beispiel unmittelbar neben Äußerungen von Althistorikern setzt, also ich komme immer wieder aufs Gleiche, ich weiß, ich habe keine besseren Quellen, ich bin ein Laie, ich habe nicht Zeit, mich Vollzeit mit dem Scheiß zu beschäftigen und möchte das auch gar nicht müssen. Aber wenn man sich mit Christian Meyer beschäftigt, diesem Althistoriker, der sich das nochmal anschaut, wie war denn das mit der Polis in der Antike, wie war denn das mit der Demokratie in der Antike, wie sah denn das genau aus, dann kommt er zu Äußerungen und er ist wirklich kein Agitator wie ich, kein Ideologe wie ich, kein politischer Aktivist wie ich, er ist einfach ein Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler, der sich das anschaut, kommt dann zum Schluss und sagt, also die Idee der politischen Ungleichheit zwischen den Bürgern ist eine moderne Erfindung, da wären die Griechen gar nicht draufgekommen. Also sozusagen, der Begriff des Bürgers impliziert Gleichrangigkeit, ja. Wir haben also den ungleichrangigen Bürger erfunden in der Neuzeit, was wieder eine Kontradiktion adjekto ist. Wenn es eine Ungleichrangigkeit ist, ist es kein Bürgertum. Das ist die Idee hinter der Politik gewesen, dass Menschen, die über hochungleiche Ressourcen verfügen, trotzdem in der Politik gleich viel zu sagen haben. Das ist sozusagen der Kerngedanke, der Kernbestand des Politischen. Und eine Politik, die das nicht systemisch sicherstellt, dass alle Bürgerinnen exakt gleich viel Einfluss aufs Gemeinsame, auf den Staat haben, hat den Namen Politik nicht verdient, sondern ist immer noch privat, wie die Griechen gesagt hätten oder mit griechischeren Worten ökonomisch. Das ist das, was die Tyrannis ist. Die Tyrannis, nach altgriechischem Verständnis, ist die Privatisierung der Polis, die Ökonomisierung der Polis und vor dem Hintergrund der Ökonomisierung, warum Ökonomisierung? Naja, weil der Begriff des Ökonomischen vom Oikos herkommt, vom Haushalt. Und im Haushalt war es so, dass die Ordnung tyrannisch war. Das ist nicht gut, aber so war es damals und deswegen haben die Griechen, die Tyrannis, die Diktatur so verstanden, dass sich da eine kleine Clique die Polis zu ihrem Oikos gemacht hat, also zu einer ökonomischen, privaten Ordnung und das haben sie als Verfall des Politischen interpretiert. In einer solchen Ordnung leben wir aber. Wir leben nicht in einer Ordnung, wo alle gemeinsam die Politik machen. Wir leben nicht in einer Ordnung, in der alle gleichrangig sind als Bürgerinnen, wo die Systeme, mit denen wir operieren, die politischen Verfahren uns garantieren, dass keiner von uns in der Politik wichtiger ist, als ein anderer von uns oder eine andere von uns. Das haben wir nicht geschaffen. Und das ist sozusagen alles von der Ausblendung der Machtfrage. Stattdessen wird debattiert über alle möglichen hochintellektuellen Fragen, die also nur Spezialisten interessieren können, aber die eigentlich zentrale Frage großer menschlicher Gesellschaften, wie wir das denn hinkriegen, dass wir sozusagen alle gleich viel Einfluss haben, alle gleich viel Macht, politische Macht haben, die Frage wird gar nicht gestellt in der Neuzeit. Wir haben ja Wahlen. One person, one vote. One man, one vote ursprünglich. Damit ist die Frage geklärt. Also wir haben Wahlen und dadurch haben wir alle gleich viel Macht. Das ist euer Ernst. Er wird ernsthaft vertreten. Ich weiß nicht, wie kann man das heute noch ernsthaft vertreten, nach den Erfahrungen, die wir schon miteinander gemacht haben und die wir mit diesen Systemen gemacht haben. Also es ist so, als würden wir gar nicht nachdenken über das Systemische, über Verfassungen, über Ordnungen, wie geht es besser, wie geht es schlechter. Naja, diese Art des Nachdenkens hat das Politische im antiken Griechenland freigesetzt, weil man sich solche Gedanken gemacht hat, nämlich Verfassungsgespräche geführt hat, über die Grundordnungen menschlicher Gesellschaften nachgedacht hat, deswegen konnte man überhaupt sowas erfinden wie die Demokratie. Das sind aber Gedanken, die machen wir uns nicht. Ja, wir denken nach über Denken, über Sprache. Jöi, super. Ja, das können wir noch tausend Jahre lang tun, ohne dass sich was verbessert, weil sozusagen durch die Art, was wir da tun, diese Aristokratismus oder Geistes-Aristokratismus oder man könnte sagen, Tyrannei der Philosophen stabilisiert wird performativ. Ja, also es ist ein ausschließendes Verfahren, wie wir Politik organisieren. Es ist ein exkludierendes Verfahren, kein inkludierendes. Die Griechen haben irgendwann begriffen, dass sie alle inkludieren müssen innerhalb der Polisordnung, damit sie irgendwie einen stabilen Frieden kriegen und nicht beständige Parteikämpfe, also keines das ist. Das war einfach eine Erkenntnis, ja, also eine Erkenntnis aus Erfahrung. Und diese Erkenntnisse geht erkennbar bei Solon los und hat sich dann in den kleistinischen Reformen systemisch stabilisieren lassen über das Losverfahren und über diese Vermischung der Bürger, über die Bildung der künstlichen Fühlen und so weiter. Dadurch, dass der Rat der 500, der gelost wurde und der Zirkulierte, eine ganz entscheidende Rolle bekam, die also im Geschichtsverlauf dann immer noch wichtiger wurde und so weiter. Und die Adelsordnung trat immer mehr in den Hintergrund. Man könnte sagen, die Oberschicht wurde nach und nach in diese demokratische Ordnung oder in diese isonome Ordnung integriert, ohne dass ihr ihre privaten Privilegien genommen worden wären. Also man hat nicht das gemacht, was die französische Revolution gemacht hat. Man hat nicht den Adelsstand einen Kopf kürzer gemacht. Man hat nicht das Spiel gespielt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Das war nicht das Spiel der Entstehung der Demokratie in der Antike, sondern man hat eine viel klügere Entscheidung getroffen. Man hat eine zweite Ordnung geschaffen, in der alle gleichrangig sind und hat die alte Ordnung daneben bestehen gelassen, hat nach und nach sozusagen die Ladungen und die Entscheidungsprozesse aus der alten Ordnung in die neue Ordnung verlagert. Also man hat sozusagen die alte Ordnung auf eine sanfte Weise entmachtet und für diese Form der sanften Entmachtung alter Mächte steht paradigmatisch die Orestie von Eichelos. Das ist jetzt wieder was für Intelos. Also wer die Orestie von Eichelos kennt, den dritten Teil, dort wird letztlich sozusagen in einer Art Verschiebung oder in einer Art Metapher gezeigt, wie das politische entstanden ist zu einem Zeitpunkt, wo gerade das passiert war, rückblickend. Also es ist eine Rekonstruktion dessen, was passiert ist. Eine Geschichte über jüngste Ereignisse bei Eichelos. Und das ist also sozusagen der Kern der Geschichte ist, alte Kräfte, die man nicht wegkriegen kann und das sind in dem Fall die alten Kräfte des Adels, werden integriert statt bekämpft. Sie werden in die neue Ordnung eingebaut und erfahren einen Funktionswandel. Das war der kluge Move der Griechen, dass sie nicht gegen ihren Adel Demokratie eingeführt haben, sondern mit ihm. Und das ist auch nicht groß wundersam, weil die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung waren wiederum Adelige. Also wer es nicht weiß, die Demokratie wurde von der Aristokratie erfunden. Und zwar aus internen Problemen der Aristokratie heraus. Wir heute, nach meinem Verständnis, leben ebenfalls in einer Aristokratie, egal was wir uns erzählen. Wir haben eine Oberschicht, die Oberschicht hat nachweislich, ich verweise wieder auf diese Studien, extrem viel mehr Einfluss auf Politik als die Unterschicht. Die Unterschicht hat faktisch einen Null-Einfluss. Ja, das zeigen Studien, Entschuldigung. So, trotz aller Wahlen, ja, weil Wahlen das halt nicht bewerkstelligen, dass die Unterschicht wirklich einen Einfluss auf Politik kriegt, weil das ganz anders funktioniert, aber das nur am Rande. So, und, äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich sagen will ist, ähm, wir brauchen diese Lösung, die die Griechen mal erfunden haben, heute auch, ja. Und das geht nicht gegen die Aristokratie, sondern es geht darum, sie zu integrieren in eine Ordnung, wo sie sozusagen ausnahmsweise mal gleichrangig sind und nicht den anderen überstellt sind, mal nicht mehr zu sagen haben als andere, sondern gleich viel. Und die Idee, dass die französische Revolution irgendwie zur Demokratie beigetragen hat, ist einfach eine technisch falsche Einschätzung. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist nicht das, was passiert ist. Die Revolutionen führen immer zum Gleichen inneraristokratisch. In der Oberschicht werden die bestimmenden Kräfte, also es setzt sich sozusagen eine Partei gegen die andere Partei durch, inneraristokratisch. Der Adel ist immer auch in sich differenziert und bekämpft sich gegenseitig. Das ist ja das, was Stasis freisetzt. Und Revolutionen bedeuten, eine Adelsklicke hat sich wieder mal gegen die andere Adelsklicke durchgesetzt, aber an den Strukturen, an den aristokratischen Strukturen hat sich nichts verändert. Die strukturelle Veränderung war die Demokratie in der Antike. Und die war deswegen strukturell, weil sie plötzlich Menschen, die vorher keinerlei Einfluss auf Politik hatten, einen systemischen, regelmäßigen, verfassungsmäßigen, gleichrangigen, unmittelbaren Einfluss auf Politik gegeben hat. Und dagegen opponiert Platon und wir sind verfassungstechnisch Kinder Platons. Wir machen die Lösung Platons, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sind von Geburt an für Politik geeigneter und dann werden die entsprechend ausgebildet und dann bilden die die Regierenden. Diese Lösung haben wir institutionalisiert, aber es ist uns nicht bewusst. Diese Lösung nennen wir mittlerweile Demokratie, obwohl sie das Gegenteil ist. Das ist wirklich ein krasser Etikettenschwindel, den wir mit uns selber machen. Wir erzählen uns eine schöne Geschichte, weil es besser klingt. Aber das ist es nicht. Es ist unheilvoll und es war immer unheilvoll und dass es unheilvoll ist, haben halt die Griechen leidhaft rausgefunden, weil sie halt aus aristokratischen Ordnungen kam. Also, dass die Aristokraten irgendwann sozusagen dahin gegangen sind und sich ganz neuartige Lösungen überlegt haben, die in Richtung Demokratisierung gingen, ist nicht wundersam vor dem Hintergrund der Probleme, die sie mit sich selber hatten. Also ich kann nur sagen, Demokratie wird aus inneraristokratischen Problemen freigesetzt, aus Problemen, die die Oberschicht selber hat, mit sich selbst. Und wo sie dann merkt, dass sie sie nicht lösen kann, solange sie eben verfassungstechnisch eine Aristokratie bleibt und eben nicht auf allgemeine Beteiligung setzt. So kann man heute in fast jedem Problem nachspüren. Es gibt Leute, die haben gute Ideen, aber sie kommen nicht damit durch, weil es in den Parteikämpfen, in den inneraristokratischen Parteikämpfen werden diese Ideen sozusagen so weit verwässert oder so weit blockiert, dass wir handlungsunfähig sind gemeinsam. Das ist das, was die ganze Zeit passiert. Und da kann man immer die unmündigen, politisch unmündigen, politisch unbeteiligten Massen instrumentalisieren, also irgendeine Adelspartei, die also letztlich sich selber ermächtigen möchte, kann immer sagen, wir sprechen im Namen der Bürger, die keine Stimme haben. Ja, das kannst du sofort ändern, indem du allen Bürgern eine Stimme gibst, indem du auf Demokratie umstellst. Dann ist diese Form, die wir heute Populismus nennen, gar nicht mehr möglich. Also die sicherste systemische Methode gegen Populismus ist Demokratie, weil Demokratie darin besteht, jedem tatsächlich eine politische Stimme zu geben. Und zwar nicht die Stimme, wo du ein Kreuz machst und deine Stimme abgibst, sondern die Stimme, wo du deine Stimme hübsch fein behältst und sie selber erheben kannst, in gelosten Gremien, die realen Einfluss haben, die real was zu entscheiden haben. Und damit ist Populismus das Wasser abgegraben. Dann kann keine Art Aristokraten mehr herkommen, kein Großkopferter, keine Retor, ja, kein Redner kann mehr hingehen und kann sagen, ich rede im Namen der unterdrückten Massen, weil es keine unterdrückten Massen mehr gibt. Jeder ist beteiligt und jeder muss politische Verantwortung übernehmen. Das ist ein schlauer Move. Aber wir machen weiter und weiter und weiter mit unserem unbewussten Platonismus, reden nicht über Machtverteilung, reden nicht über Machtstrukturen, aber wir reden über Sprache, über Denken und halten das auch noch für politisch. Also da muss man irgendwann fragen, wie behumst kann man sein? Wie sehr kann man sich selber was vormachen? Das ist zum Schaden aller. Also wie gesagt, ich hoffe, man hört das richtig. Das ist keine Verschwörungstheorie, weil ich davon ausgehe, dass die Leute, die das machen, sich selbst schädigen. Das ist kein im Sinne von, ja, da haben einige was ganz viel davon und die anderen haben ganz wenig davon, sondern es ist so, es ist für alle schlecht, Demokratie ist für alle besser und wiederum, das kann man wiederum sehen an der griechischen Antike und ihrer Entwicklung zur Demokratie, weil als die Demokratie da waren, waren viele auch, die skeptisch waren von dieser Ordnung dann begeistert, zunächst und der Verfall, also des Renommés von Demokratie in Adelskreisen kommt mit dem Peloponnesischen Krieg, ja, also sozusagen warum jemand wie Platon seinen offensiven Antidemokratismus entwickelt hat, hat sehr viel mit dem Peloponnesischen Krieg und den Ereignissen dort und also wer das nicht weiß, zum Beispiel so gestalten wie in den platonischen Dialogen wie Trasymachors oder Kalikles sind Kürzel, Metaphern für den eigentlichen Adressaten, an denen es eigentlich geht und das ist Alkibiades, also der Böse bei Platon ist Alkibiades, das wird nur sehr verklausuliert ausgedrückt, dürfte aber den damaligen Leuten klar gewesen sein, ja, so, also kurz gesagt Platon sieht, hat Probleme, Baufehler der antiken Demokratie tatsächlich gefunden aber er findet völlig falsche Antworten auf sie diese Demokratie die es gab bereits im antiken Griechenland hätte sich weiterentwickeln können wenn nicht der Adel die Aristokratie selber vollkommen über den Peloponnesischen Krieg das Vertrauen in die Demokratie verloren hätte und diesen Vertrauensverlust geschafft hat zu tradieren über 2400 Jahre hinweg bis heute wir sind deswegen so schlechte Demokraten weil wir letztlich das platonische Trauma nie aufgearbeitet haben ja, wir geben das immer weiter und weiter und glauben es gibt politisch fähigere Menschen und die sollen regieren von Geburt an das ist letztlich unser unbewusster Glaube und so kann es nie besser werden so werden wir uns nie weiterentwickeln ja, wir sind in einer wirklich, ich würde sagen Entwicklungsblockade stecken wir fest die Entwicklung wäre die systemische Entwicklung wäre die Demokratie aber dazu müssten wir bereit sein alle Menschen ungeachtet ihrer privaten Eigenschaften gleich viel an politischer Macht zu beteiligen das heißt auch Menschen zum Beispiel mit kognitiven Beeinträchtigungen das heißt auch Menschen die private Verbrechen begangen haben das heißt Menschen ungeachtet ihres Alters oder Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer religiösen Orientierung müssten bereit sein tatsächlich über alle alle privaten Unterschiede zwischen uns hinweg zu sehen und eine Ordnung zu schaffen in der alle von uns ausnahmslos alle gleich viel politischen Einfluss haben dazu sind wir nicht bereit also lange Rede kurzer sind wir halten uns für Demokraten aber wir sind gar keine Demokraten und meine Zusatzthese ist hätten wir Demokratie schon erlebt dann wären wir aber alle Demokraten deswegen habe ich sozusagen zwei sehr unterschiedliche Texte mal verfasst die scheinbar widersprüchlich sind Text Nummer 1 lautet die Demokratie hat keine Feinde und zweite These ist die Feinde der Demokratie sind wir selbst ja und also das ist nur dann ein Widerspruch wenn man sozusagen den Unterschied von Menschen die die Erfahrungen der Demokratie schon gemacht haben und Menschen die die Erfahrungen der Demokratie noch nicht gemacht haben nimmt und das auf uns selbst bezieht also wir sind Menschen die noch gar nicht wissen was Demokratie ist weil wir sie noch gar nicht erlebt haben und deswegen sind wir keine Freunde der Demokratie weil wir noch gar nicht wissen welche Güter was für eine gesellschaftliche Atmosphäre zustande kommt wenn wir in Demokratie machen für uns ist es ein ergebnisoffenes Experiment mit offenem Ausgang kann sein dass das alles Quack ist was ich erzähle wir machen Demokratie und es wird furchtbar aber um es rauszufinden muss man es ausprobieren und das haben wir in der Neuzeit nicht getan wir haben nie eine Ordnung geschaffen die auf dem Losverfahren beruht wir haben nie eine Ordnung geschaffen die alle Menschen ungeachtet ihrer privaten Eigenschaften gleich viel an der politischen Macht beteiligt haben wir nicht und deswegen kann derzeit niemand behaupten er wüsste was passiert nicht wenn wir von Ergebnisoffenheit ausgehen also weder ich der ich dafür spreche noch Leute die dagegen sprechen wissen es solange wir es nicht getan haben aber die Indizien ja die historischen Indizien sprechen dafür aus meiner Sicht zumindest dass das eine sehr schlaue Idee ist es mal ernsthaft auszuprobieren und es gibt ja solche Experimente also angefangen hat man in Irland teilweise angefangen hat man im österreichischen Bundesland Vorarlberg damit teilweise hat man angefangen in Ostbelgien einer kleinen Gemeinschaft von wie viel sind 70.000 Menschen früher Deutschbelgien also das sind so Orte wo man beginnt zu experimentieren mit der realen Gleichbeteiligung aller Bürgerinnen an der politischen Macht das sind zaghafte vorsichtige Experimente vielleicht ist das auch angemessen ich wünsche mir mutigere Experimente in Richtung Demokratie ganze Staaten die es wagen ihre Politik auf das Losverfahren das heißt umzustellen das heißt die Macht die Fähigkeit oder das Recht Entscheidungen zu treffen die für alle gelten in geloste Gremien zu geben statt in gewählte Gremien die dann massiven Lobby-Einfluss ausgesetzt sind und dann wird dann immer argumentiert ja aber es sind dann nicht auch diese gelosten Gremien macht Lobby-Einfluss ausgesetzt ja wahrscheinlich sind sie das aber es ist sehr viel schwerer für Lobbyisten A hast du die Leute nicht so lange da geloste Gremien treten immer nur kurz zusammen B wenn du das sehr viel machst musst du wahnsinnig viele Menschen beeinflussen das ist einfach teuer Lobbyismus wird einfach teurer und wer jetzt fähig ist ökonomisch zu denken kann sich klar machen dass allein dadurch dass Lobbyismus für die Lobbyisten teurer wird er wahrscheinlich weniger effektiv wird ja also wenn du mehr Menschen letztlich alle Menschen an der politischen Macht beteiligst alle erwachsenen Menschen dann wird Lobbyismus an irgendeinem Punkt absurd weil er so kostspielig und so absurd ist ich meine auch die Lobbyisten selber werden ja ausgelost und sind dann da halt nur nicht mehr als andere also das ist halt so der Trick der Demokratie ist die allgemeine Beteiligung an der Macht er ist nicht der Trick wir entmachten wie in der französischen Revolution den Adel das haben die Griechen nicht gemacht sie haben die Demokratie nicht gegen den Adel eingeführt und das ist ein zentraler Unterschied der der Neuzeit geflissentlich übersehen wird stattdessen wird das Loblied der amerikanischen Verfassung also eine derartige Misskonstruktion gesungen ja also wie man wie man die amerikanische Verfassung für vorbildlich halten kann da muss einem echt jemand politisch ins Hirn geschissen haben das ist eine Scheißordnung wie wir auch erleben so oder wie man die französische Revolution für eine einen großen Schritt der Menschheit halten kann da muss man also wirklich völlig politisch unaufgeklärt sein keine Ahnung vom Politiker nur dann kann man die französische Revolution für einen Fortschritt halten also wir leiden an völligen Fehleinschätzungen politischer Art systemischer Art wir verstehen nicht was Politik ist wir verstehen nicht was Demokratie ist aber wir sind total überzeugt dass wir es wissen also das ist so geht so in die Richtung fast eine sokratische Richtung dass es sehr schwer ist mit Menschen umzugehen nicht mit Unwissenden aber mit Menschen die glauben dass sie wissen ohne dass sie wissen ja da kann man fast philosophisch werden ich versuche das zu vermeiden aber es ist manchmal echt schwer das zu vermeiden ja so zu sagen also am schwierigsten ist mit Leuten umzugehen die glauben sie wissen ja schon was Demokratie ist und sich also noch nicht mal auf die Idee kommen dass vielleicht mal zu hinterfragen ihren eigenen Demokratiebegriff und sich das historisch nochmal anzuschauen wie war das denn wie gesagt das kann man sehr gut tun indem man Christian Meier liest ich meine Christian Meier sagt nicht das was ich sage was ich sage ist eine Ableitung von dem was ich dort finde eine Weiterentwicklung oder sind Interpretationen und Schlüsse man kann auch Christian Meier lesen und zu ganz anderen Schlüssen kommen Christian Meier zum Beispiel wenn ich ihn richtig verstehe ist der Meinung dass das was in den wie er sagt kleinen Verhältnissen damals möglich war heute gar nicht möglich sei also zum Beispiel er glaubt nicht an die Übertragbarkeit dieser Ordnung auf heute ich glaube das ich glaube dass wir das wenn wir es erkennen dass wir es genauso brauchen wie es die antiken Griechen gebraucht haben dass wir dass wir wenn wir also erkannt haben dass es eine Notwendigkeit ist es rein technisch natürlich umsetzen können eine Ordnung an der alle gleich viel partizipieren ist möglich wie zum Beispiel die Experimente in Irland und Ostbelgien zeigen natürlich ist das machbar es hängt halt von unserem politischen Willen ab ob wir das für sinnvoll halten ob wir das für eine gute Ordnung halten ob wir das für gute Verfassungen halten und wir sind vom Gegenteil überzeugt wir glauben dass platonische Ordnungen die exklusivistisch sind und immer einer kleinen Gruppe garantieren dass sie von oben top down herab reagieren kann dass das eine gute Ordnung sei naja das führt zu dem was wir haben ja also wir haben politische Ideen die verwässern die nicht durchkommen am Widerstand der sich popularisieren lässt und das halten wir dann für Demokratie sagen wir so seid ihr denn dagegen Demokratie nachdem wir Populismus haben ja aber Populismus ist nicht Demokratie Populismus ist das was entsteht wenn Demokratie nicht vorhanden ist ja also wie gesagt nichts nichts gräbt Populismus so sicher das Wasser ab wie eine demokratische Ordnung und deswegen kann man in ex negativo sagen dass dort wo Populismus existiert es noch keine Demokratie gibt rein technisch das ist ein rein technisches Verständnis von Politik und Demokratie nichts anderes und das ist ein klares Verständnis entgegen dem wirren Begriff von Politik und Demokratie den der so kursiert und allgemein unser Gehirn okkupiert hat oder weiß nicht wie ich es nennen soll mit dem wir uns selber behumsen das ist einfach Quatsch was wir machen ist Quatsch systemischer Quatsch verfassungstechnischer Quatsch und es wird nicht besser indem wir schöne Geschichten darüber erzählen es wird nicht besser weil wir es jetzt seit weiß ich nicht wie viele Jahren schon machen naja die Ergebnisse dieser Ordnung sehen wir tagtäglich also nur wer mit diesen Ergebnissen zufrieden ist kann mit dieser Ordnung zufrieden sein also letztlich falsifiziert sie sich aus ihren aus ihren Konsequenzen heraus es ist so ja geht es euch wirklich gut mit dem was wir da tun weil dann wenn wir uns angenommen es ginge uns nicht gut dann wäre es dran systemisch die Dinge weiterzuentwickeln über Verfassungen nachzudenken über Weiterentwicklung Veränderung unserer Verfassung nachzudenken aber wer macht das ja ab und zu wird immer so eine kleine Verfassungsänderung dann ist das hochkontrovers wird geredet aber sozusagen mal etwas grundsätzlicher heranzugehen und zu sich zu überlegen sind wir in der Neuzeit haben wir wirklich den besten Weg gewählt wie wir Gesellschaft koordinieren können wie wir uns selber regulieren können wie wir eine Ordnung schaffen die kooperativ ist und der wir uns nicht beständig an die Gurgel gehen wechselseitig wo wir uns nicht gegenseitig zerfleischen und demütigen im Kampf um die Macht ja ist das ist das die beste Ordnung da kann man relativ schnell zum Beschluss kommen dass sie das nicht ist sondern dass wir zu besserem fähig sind dass wir zu einer besseren Verfassung in der Lage sind als die die wir derzeit praktizieren dass es eben nicht so ist wir haben eine schlechte Verfassung aber es gibt keine bessere sondern es gibt sehr wohl bessere aber aus offensivem blockiert sein machen wir nichts besseres weil wir Krypto-Platoniker sind weil wir diese ganzen falschen Glaubenssätze Platons einfach geschluckt haben und weiter tradiert haben und sie uns heute steuern unbewusst so im Sinne von ich bin doch Demokrat ja nee aber alles was du denkst hätte Platon auch so sagen können ja Platon war ein offensiver Antidemokrat so ja so also es gibt einfach da Notwendigkeit politischer Aufklärung leider ich hasse es ja ich hasse dieses was ich hier mache ich finde es unproduktiv ich finde es unproduktiv Leute wegen ihrer Glaubenssätze zu beschimpfen was erwarte ich mir davon wie könnte das klappen Leute lassen also etwas psychologisches Verständnis sagt du musst zu einem Menschen in einer unmittelbaren freundlichen Beziehung stehen damit du über Glaubenssätze reden kannst ohne dass das verunglickt und das tue ich hier nicht Leute die also das Gegenteil von dem Glauben oder mehrere Gegenteile von dem was ich hier erzähle fühlen sich natürlich angepisst davon und Leute die sich angepisst fühlen voneinander hören einander nicht zu und lassen sich nicht aufeinander wirken das ist ein ganz simpler psychologischer Mechanismus deswegen wird in der Öffentlichkeit auch nichts besser du kannst in der Öffentlichkeit keine Leute überzeugen die vom Gegenteil überzeugt sind wenn du halt umso mehr Nachdruck du reingehst umso angepisster werden die Leute umso stärker wird ihr Impuls nach Gegenargumenten zu suchen da gibt es zahlreiche Studien manchmal nennt man es Backfire Effekt es gibt also es ist ein offensichtliches Phänomen dass wir über Öffentlichkeit einander nicht überzeugen können und das werden wir mit mehr Nachdruck reingehen weil wir schon ziemlich verzweifelt sind dass wir dann umso mehr Gegendruck erzeugen und das ist ein stabiles Phänomen also ich meine das kann man auch sehen und dann kann man daraus Schlüsse ziehen dass es so nicht funktioniert dass es über Öffentlichkeit nicht laufen kann so damit ende ich auf paradoxe Weise und verbleibe wie immer mit Ceterum Censio Isonomiam Esse Sortiendam im Übrigen erkenne ich die Tatsache an dass die Demokratie die Politi die Isonomie gelost werden muss